Kapitel 8 ist dran. So, der Schatten begleitet mich. Sie fühlt sich dem Leuchtturm ähnlich. Kennt ihr noch? Ich weiß nicht, das ist schon länger her. Der Film ist älter. Ein Schweinchen namens Babe. Der dachte, er wäre ein Hund. Achso, ich leuchte jetzt permanent. Ah, das ist out. Auf jeden Fall, er dachte, er wäre ein Hund. Ein Schweinchen. Und hier ist es, die Kerze denkt, es wäre ein Leuchtturm. Auch schön. So, mit dem Schatten kannst du... Du musst auf den Schatten hinten achten. Das ist das, was wir gerade aktuell brauchen. Und... Hier rüber, dann da... Ups! So, wie wir seinen Kumpel anmachen. Uah! Uah! Oh, ich hätte vielleicht erst oben lang laufen sollen. Na, Mist! Ah, ich könnte jetzt runterfallen und den oben anmachen. Was? Weg! Wovon bleib, Junge? Spitz dich zu Tode, aber geh weg! Ja gut, wir wissen jetzt definitiv, dass wir... Oh! Ich habe so echt das Gefühl, dass wir hier gleich mit Super Mario landen. Weg, 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 weg. Wollt ihr mich? Wollt ihr mich verlöffeln? Bezieht euch! Ich bin der mächtige, einzige Leuchtturm-Kerzel. Wee! 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 Hoom oder unten? Ja, immer oben lang! Na! Immer hoch! Uh! Uh! Verdammt! Ja, bin daneben gesprungen. Das sind dann zwei Kerzen, die wir nicht geklärt haben. Ja, sorry. Ich finde das immer ärgerlich, wenn das dann nicht funktioniert. Aber der Schatten erscheint im Licht. Oh, jetzt gibt es zwei Schatten auch noch. Witzig. Ah, ne. Hier bleiben. Der sitzt unten, genau. Vielleicht sollte ich erst den machen. Habe ich da noch mehr? Nein. Oh. Dann. Auf den Bruder drauf. Warte. Ach was. Dann bist du kaputt. Das wusste ich nicht. Ich brauche hier gerade nicht oben lang. Zack. Überspringen. Verspringen. Und hier ist ja nichts mehr. Ach so. Ah. Jetzt habe ich den gecheckt. Jetzt habe ich den gecheckt. Solange das Licht leuchtet, ist der Schatten weg. Und solange das passiert. Die Typen einfach völlig ignoriert. Und hier kommen die überall her, ey. Nein, das will ich nicht. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Ich will nichts mit euch zu tun haben. War irgendwie klar. War zu erwarten. Also uns fehlen Kerzen. Warum auch immer, aber uns fehlen Kerzen. Eine habe ich gesehen. Ne, eine habe ich nicht gesehen. Ach. Wir müssen auch hinten im Spiegel mal reingucken. Ah. Wahrscheinlich habe ich vor. Kann natürlich sein. Zack. 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 Oh Gott, ey. Ich wollte sagen. Und nicht wie du mittlerweile durcheinanderkommst. Und wie du mittlerweile durch einander kommst. Ich wollte einfach mal wegarbeiten. Und was ich verwendete, die Menschen mit den Gelder verletzen. Und das ist ja jetzt was. Ich wusste nicht, ob da neben dem Ding ja... Aber ich weiß, wo die andere Kerze ist. Das ist schon mal gut. Ab und zu musst du dich einfach mal opfern, um zu wissen, was Sache ist. So, so, so. Dieser Geist, ne? Das ist so das, was ich überhaupt nicht mag, weil... Jetzt ist es lächerlich. Du kommst nur so ganz eben an diesen blöden Kristall ran. Und der brennt, okay. Ja, das war der, den wir vorhin nämlich nicht gemacht hatten, genau. Hm. Oh. Okay. So. Ich muss nur wissen, wo welche sind. Hier ist frei. Okay, da wäre auch frei. Und nimm die Kerze frei. Aber weiter brennen, weiter brennen, weiter brennen. Alles klar. Boah. Also, auch mal in den Spiegel gucken. Hä? Ja. Der Weg schwankt. Weil die Kerze fast weggelutscht ist. Das sag ich euch. Boah. Warum Geister? Ja. Ich habe nicht nach oben geguckt. Ich hatte nach unten geguckt. Sorry. Ich versuche echt wenig zu stürmen. Wenn du einfach doppelt aufpassen musst, weil du nicht weißt, was du zu tun hast teilweise. wir hätten hier einen doppelten stein das ganze spiel wird immer komplizierter ich finde das gut steigst quasi im schwierigkeitsgrad mit deinen aufgaben aber schon ein wenig blübel du musst echt schon durch durch sein ich wusste es aber da kommen wir wenigstens alle finden hier sind kurz zu ende und die kerze zu kurz alles gut schön tüte tüten überall kann die tödliche fahr vorkommen ja klar meine künze läuft so schnell wie möglich so ich kann nur noch mit spiegel laufen fies ist das jetzt weil du kannst nur nach dem blöden spiegel gerade laufen muss auch noch reingucken okay checkpoint was kommt ja war klar wird da drauf war das sieht ja gerade was vom steigenden spieler hat gesagt dass er mir gefällt nein das haupt nicht klein klein Oh Gott Ihr wollt mich jetzt echt Echt rumkriegen Ach Gott, danke Ich lauf mal eben da dran vorbei Warum war mir das so klar Dass er hier hinten was versteckt Aber ich muss da eh hin Wee Fuck Okay, da dran So jetzt bin ich kurz vorm Abnippeln Und wir haben alles erreicht Einfach mal nicht direkt ins Ziel Sondern mal dran vorbeilaufen Das wäre noch Brennige Spenster Verfolgen sie Nein Sie weckt mit den Dingern Sie erlebt Eine Überraschung Die die Maske Des Schattens aufdecken Okay Ach wir sind jetzt auf der anderen Seite Wir sind jetzt quasi Die kleine Mini-Leuchtung Ah, okay Die 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 Was ich nicht alles für Kerzen tue und ich weiß ich nicht mal wie groß ich bin Oh Alles schön und gut aber das muss ich nicht weiter Ah Okay Du auf einmal durch Als Kerze in Zwei Universen bist Einmal da wo es leuchtet und einmal da wo es nicht leuchtet Das scheint dann auch noch nie Och nö Och was ist das denn jetzt Warte mal Du musst jetzt hier Den Stein ausmitteln Deswegen wird das da auch gemacht Ich wollte ihn ja ein bisschen ausmitteln Damit wir darüber kommen Ich bin doch so schon kaum Kaum Lebensfähig hier in dem Spiel Oh der ist Der ist nice Mir rät ich rein Mir rät ich ran Und jetzt darüber Noch ein bisschen Checkpoint Ich habe wegen Zoom-Checkpoint geschaut Hm Wie kriege ich den jetzt runter Ach so Das geht nicht Best Wenn mal einer einen Tipp hätte Bitte haben wir Bescheid Ich habe mir sowas Ähnliches Gedacht Wollte es aber nicht wahr haben Nee da will ich gar nicht hin Das ist das denn jetzt Okay Ich weiß nicht Ob die Geister mir was antun können Aber meistens sind ja alle Gegner irgendwie so Formiert Dass es halt eine Beinträchtigung gibt Alles klar Hec Ge fala Ge www Ge- mutta Ge fe Good LES Stumbling out of the cave, the little candle catches a glimpse of the lighthouse. The beacon isn't far more. His efforts have almost paid off. The beacon isn't far more. See you next time.